so auf geht's ich war schon ich fühle mich gerade wie ein wort aus hängt, Alter Uiuiui, Glück gehabt Du schießt Gott, ich war bei mir da gar nicht vorhin, guck mal Wie vorsichtig ich werde erst sehen Ich hab auch gar nichts mehr in meinem Leben gehabt Alter, kommt doch von hinten der Hund Magst du es doch, wenn es von hinten kommt Hm, ne Wenn ich zu Nicht? Ne Ey, da kippt die mich um Er liegt Was ist das denn? Ah, ja klar von zwei Seiten Ach, komm, dir seid sooo schlecht Das Ding war sowieso vorher schon verloren, weil ich nicht, weil ich von Anfang an dabei war Aber ich find's cool ist mal was anderes Oh Okay Ja, das ist ein guter Ja, Glück gehabt, ich hab dich gestrafen mein wunsch war in der Füllung gegangen Läuft also ich habe zu schießen ja von fünf sekunden zehnmal der eine schuss hat gefehlt durch abrufen wir haben dort ja jetzt mit drei auf ein alter der leck mich doch nee über dich ich stehe nicht so auf kosten alter kümmer dich auf deinen eigenen arsch selber erstmal oder so keine ahnung jetzt wird gerade langsam ein bisschen derber was für kruste alter ich habe meine erziehung genossen die war sauber ja genau wie war das mit dem vor drei auf ein weiß aber selber spielt das spielchen mit ich habe nicht gesehen dass jemand auf dich geschossen hat doch gegenüber statt noch einer dann habe ich nicht gesehen wenn er jetzt gesehen dass du tot war meine hat gerade auch kurz nicht geschossen warum auch immer cool da und du hast eine gewisse zeitweise stören wenn du wieder da bist wenn du zurückkommst dass ich wieder schließen kannst aber keine zeit geschossen werden was werden dem vor allem als der gekillte na ja das ist halt das heute machen dass er vielleicht unsichtbar ist oder so dann eine gewisse zeit oder so dann dreht zwei freunden kriege wieder die hier hat den falschen kanzler angesiedelt gott sei dank weißt du der kommt auch noch von vorne der baby angelaufen und ich habe eigentlich den hinteren angezählt ja ist klar jetzt ist wieder unfair ich kann nichts machen hier ich bin total wehrlos ich hau nicht nur um wo ich sterbe wir haben uns beide glaube ich doch geholt ich liebe doch jetzt dachte ich habe mich voll getroffen du warst schon fast wer jetzt bin ich zu ja ich kann nichts machen wenn ich halt wenn ich als cool oder komm schon schieß komm schon schieß ja ach komm leck nicht so ich habe zuerst geschossen und du verwerbst du bist trotzdem äußerst realistisch ja ist klar du weißt bei der scheiß straßenlaterne hängen alter leute ich komme nicht weg bewegt sich doch ja weißt du kannst nichts machen zwei schüsse ich war weg das waren drei ich finde immer drei ne manchmal brauchst du 4 ja ich ja ich ja ich war auch erst ein nur welch die 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 haben Ach ja. Oh nein, da hab ich gar keinen Bock drauf. Das ist wahnsinnig scheiße. Noch ein bisschen Geld mit abgreifen. Oh nein, da bin ich gerade aufstecken. Mit drei Mann braucht er mich wegzuschieben. War der für Chalic? Ich fürchte ja. In Riko, du warst du niger. In Riko rammt erst Käff und dann Bibi von der Strecke. Bei Kämpfen, nein, das war nicht ich. Das waren wir alle. Alle gleichzeitig. Warte, jetzt soll ich mal der Strecke, den muss man runter schützen. Oh... Wo war der Träter richtig um? Alper. No, die Schaden. Wie ich bin auch gegen die Mauer gefahren. Ich war so im Rausch und dann... Aber irgendwie haben wir den Checkpoint noch gekriegt, ne? Ja. Ich weiß zwar nicht, wo der war, aber... Au. Ich war's. Guck mal, wie ich ihn habe. Alter, fahr mal, Alter. Jetzt hab ich nicht weggekriegt. Oh. Boah. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. niveau also verfahren erstmal schön bei schlöfer vorbeifahren die zwei runden das ist noch die erste Oh, da kommt Enrico schon wieder. Oh Gott. Alter, geh weg. Alter, die Rampe. Oh. Oh, der einfach von mich drüber fliegt. Oh, der einfach von mich drüber fliegt. Oh, Alter. Hat dich gerettet? Crazy. Ich bin ins Tor geflogen. Oh, mein Ziel, was du heute erreicht hast. Normalweise sind die Tore fleischiger und feuchter. Du wirst du. Er redet schon wieder von Pfirschen. Von Melonen. What the heck? Melonen? Wie einer rechts, einer links, der sah gerade so geil aus. Diesmal weiß ich es besser. Ja. Clef, zieht Windschatten. Ach, Mann. Ich bin hängen geblieben unter der Wand. Ich komme nicht mehr weg. Ich komme nicht mehr weg hier. Spiel. Ja, toll, Mann. Ich war dran, dann wieder. Weißt du, wegen sowas verlierst du dann das Rennen, weißt du? Ah, Mann. Oh, Mann. Ich bin voll der Ess in die Ballen rein. Ich bin voll der Ess in die Ballen rein. Nein, schade. Ich könnte mich noch erwischen an der Kreuzung. Nee, deswegen habe ich noch reingetriegt. Ohne Ende. Mist, ey. Ich hätte dich noch gekriegt, dann krach ich auf mein Ess in die Ballen, Alter. Aber sowas schon, ey. Hallo, Trevor. Ich habe gerade Käft ist einfach runtergefahren und würde mich haben oder so. Oh, er hätte da rum in der Röhre. Oh, Schatz. Da steht hier eine Waschmaschine rum. Ja, wegen deinen dreckigen Schlippern. Ich komme. Wie, Alter. Ich bin unter der Scheiß-Leitpark eben hängen geblieben, ich bin da gar nicht mehr rausgekommen. Ah, du Brünen, Leute. Das hat mir egal, dass wir mich das Rennen verloren. Das nervt dann halt. Du kannst ja nur rammen. So eine Scheiße, verlierst du da nicht die Blinken. Von der Scheiße, verlierst du da nicht? Ich werde... Jetzt bin ich mit dem Scheiß. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Sie infrared, weil ich... Ich bin... Das... Es ist... Das... Die... Die... Prozent Prozent ich habe trotzdem standen 7 wir wollen in die relativ Was ist das? Ach, wieder Gegner. Diamond Casino. Das ist hier jede Kugel.